Im Verfahren gegen den Erzbischof von Lyon und weitere Geistliche wegen Missbrauchs ist die Beweisaufnahme beendet. Die Staatsanwaltschaft hat sich gegen eine Verurteilung von Erzbischof Barbarin ausgesprochen. Angestrengt wurde das Verfahren vom Opferverein La Parole Libere, dazu Gründer Pierre-Emmanuel Germantil. Das Verhalten der Staatsanwaltschaft ist skandalös. Ich bin empört über die Interpretationen der Anwälte der Gegenpartei. Es sind Lügen und Beweise werden einfach vom Tisch gefegt. Ich habe alles getan, um zu helfen. Es ist ein Skandal, aber wir werden zuhören. Wir haben keine Wahl. So sind die Regeln eines Gerichtsverfahrens. Pierre-Emmanuel Germantil wurde zweieinhalb Jahre lang missbraucht, mit Folgen bis heute. Rechtsanwalt Jean Baudot vertritt die Nebenkläger. Angesichts der Öffentlichkeit dieses Verfahrens kann heute niemand mehr sagen, wir wussten nicht, was ein Opfer eines sexuellen Übergriffs ertragen musste. Der Erzbischof von Lyon hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Rechtsanwalt Jean-Félix Luciani vertritt Philippe Kardinal Barbarin. Wir müssen andere immer als Zweck und nicht als Mittel betrachten. Aber Kardinal Barbarin wird als Mittel zur Denunzierung betrachtet. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Er ist ein Mann, der mitfühlt und danach handelt. Er ist auch ein Mann mit Fehlern, aber dieses Strafverfahren hat er nicht verdient. Im Sommer 2002 wurde Philippe Kardinal Barbarin mit nur 51 Jahren Erzbischof von Lyon. Die Staatsanwaltschaft hat Freispruch wegen Verjährung gefordert.